Probefahrt für das größte Containerschiff der Welt. Knapp 400 Meter lang, mehr als 61 Meter breit und 78 Meter hoch über dem Kiel ist der Riesenfrachter. Die Frachtfläche hat eine Größe von 24.000 Quadratmetern. Das entspricht mehr als drei Fußballfeldern. Auf eben diese Fläche passen 24.346 Container. Auch das natürlich Weltrekord. 25 Schichten Container übereinander. Vollbeladen erreicht das Schiff eine Höhe eines 22-stöckigen Hauses. Ein Schiff der Superlative. Das jetzt zum ersten Mal über die Gewässer der Welt schippert.